was in dieser folge geschehen wird ok krass und schien aber ich würde sagen dass wir das davor die runde ja vorne war habe ich gewonnen 32 eine stunde übertreibt hey freunde was geht ab wie komme wieder zurück auf meinen kanal meine freunde und heute haben wir wieder den nächsten hater in one b one heraus gefordert meine freunde wer gewonnen hat erwartet in diesem video wenn du neu bist das gerne ein like und ein abo da und schreibt gerne in die kommentare wer der nächste sein will der die mich auf one b one instampelgeist macht meine freunde viel spaß mit diesem video schaut das euch bis vorne bis hinten an meine freunde und ich würde mal sagen let's go mit diesem video und abwarte ich bin richtig gut ich bin richtig gut mit dem projekt was mache ich oh mein gott oh mein gott was passiert hier ich habe gerade den lauf meines names mein gott mein gott mein gott ich bin bin erster ich bin der erste oh mein gott mein gott nein ich bin einfach ich bin der erste ich habe diese weil ich bin der erste und und ich bin durch übernehmen sie erst runter habe ich geschafft Wie geht es? Ich weiß nicht, wo du bist. Oh, ich hasse es. Ich sterbe hier immer. Im Finale. Es ist so schwer. Oh mein Gott. Nein, es ist Finale. Nein, Halbfinale. Halbfinale. Oh, Bro. Ich hasse diese Map. Ich hasse diese Map. Ich hasse die Map. Ich werde es so verlieren. Oh nein. Freunde, Like und Abonnieren nicht vergessen. Oh, ich habe wieder einen Lauf. Ich bin Erster. Ich weiß, ich sehe, du bist ja dieser Roboter-Skin. Ja, ich bin der Erster. Ich bin der Erster. Nein. Ich bin der Erster. Ich bin der Erster. Ich bin der Erster. Ich bin durch. Easy going. Ich bin qualifiziert. Oh mein Gott, mal gucken, wo du bist. Oha, Jean. Jean ist auch da. Aber wirst du? Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Da. Komm. Jetzt. Dreh dich um. Das geht doch nicht. Runde vorbei. Du bist leider ausgeflogen. Nein. Oh mein Gott. Ich kann das nicht spielen. Ich bin so schlecht. Da bin ich so schlecht. Oh mein Gott. Ich werde so verkacken. Einer kann nur gewinnen. Ja, ich war wunderbar. Ich bin rausgeflogen. Ich bin schon raus. Ich bin so weit hinten. Ich bin richtig gut. Ich habe gewonnen. Oder? Ich bin nicht. Oha. Oh nein. Er geht nicht runter. Oh nein. Aber hinter mir. Die sind so weit hinten. Freunde, schreibt mir in die Kommentare. Wer das nicht so 1v1 will. Dann soll Simon Eier mir mal zeigen. Oha. Nein. Nein. Geh doch nicht runter. Oh mein Gott. Hier. Und hier. Und hier. Oh. Und ich habe gewonnen. Ja. Runde vorbei. Easy. Komm mal raus. Komm mal raus. Er hat das Spiel gewonnen. Ja. Dann werde ich wieder gewinnen. Aber eigentlich was. Aber eigentlich hasse ich diese Map. Du bist direkt neben mir. Ich werde wieder gewinnen. Ja. Ja. Nächste Mal schon. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Du bist da hinten geboostert. Und ich. Ich jump jetzt nach vorne. Guck mal. Ich werde gewinnen. Guck es dir an. Wie ein junger Gott. Guck mal. Und schon bin ich drüben. Und das geht es nur noch runter. Und dann ist es in dem Gelände. Qualifiziert. Ja. Jetzt musst du wieder sterben. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ich kenne das überhaupt nicht. Aber ich habe gesagt. Ach so. Ja. Die schießen nicht erst mal im Kopf. Allah. Ich chill hier. Na. Geh doch mal hier. Oh. 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 Geh doch mal weg. Das heißt von mir. Geh hier runter. Ich bin direkt. Digga. Oh. Ich hasse dich. Oh mein Gott. 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 Nein ich bin gegen Boden. Nein ich bin gegen Wasser. Nein. Ich bin in Wasser gefallen. Warte das so. Ich bin auch Wasser gefallen. Ich habe keine Handkast. Das war warum. Ich weiß wie. Was würde Apo Red sagen. Ich habe den Birgie. Burger jetzt gegessen. Was wir heute haben ist eine Premiere. Wir haben nicht nur normal Apo Red Birgie. Sondern wir haben die Apo Red Birgie's Requiem Perfect Edition. So die Frage ist. Wie war das hier. Was guck es dir an. Bah. 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 україн correcting わ. Bah. Bah. Ah. Bah. Ich bin вообще weiter hinter dir. Bah. 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 Bah-'. und war das jetzt wird so scheiße oh mein gott ich glaube nicht ja ja und oh mein gott ja gut und er geht rein ja man 32 ich bin jeder tor profi jungen schreibt in die kommentare tor profi weil der rest wer alles gelungen nennt mich rieberi nennen mich robben ich bin hier ich werde hier rasieren oh mein gott das ist eine spannende sache es geht es um den hauswurf okay krass und aber ich würde sagen dass das davor die runde ja vorne war habe ich gewonnen 32 ok dann machen wir die letzte runde jetzt ja ok dann kann es wirklich sein ok das go eine stunde übertreibt ich bin erster ich bin erster wo bist du ich werde die ganze zeit von dieser maler und ich bin durch auch wieder eingefallen der gar nicht so schlecht oh mein gott und es ist wieder das muss man sagen was machst du da bitte du musst du das schlechteste hater jungen jungen was zum fiktier die spielst du hast du da ja oh mein gott das ist das was für mal alter block kack dir block dash oder bin ich so gut drin ich bin da so gut drin aber ich hasse das wenn einer mitten weg steht Der Profi Junge. Guck mal wie ich da durchgehe. Ich habe gar keine Gnade. Guck mal wie ich es rasiere. Ich glaube da wurde es raus geworfen. Und qualifiziert ich bin in der nächste runde und ich würde mal sagen ich habe gewonnen jetzt will ich wissen jetzt würde ich schon dass alle meine engine things los singt alle meine engine ist das wohl. Also wenn du diese runde verlierst ist immer was für die engine. Ne aber ich werde gewinnen. Guck es dir an wie ein junger gott. Gewonnen ne und gewonnen. Und gewinner ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Du hast verloren. Guck mal du hast das spiel gewonnen. Achso. Ich habe den falschen zugeschaut. Ich würde mal sagen. Bro GG 1 vs 1 habe ich gewonnen. Jetzt sing bitte alle meine engine. Nein. Komm du sing. Ich weiß nicht mal wie das spielt. Dann sing was anderes. Sag du bist ein idiot. Ist mir egal. Ist mir egal. Es 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 ist mir egal. Freunde das war es heute mit diesem Video. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Das gerne ein Like und ein Abo da Freunde. Und wer ein 1v1 geht mich will. So jetzt in die Kommentare schreiben. Ich bin ready. Für Insight dann habe ich jetzt auseinander genommen. Ich bin gespannt wer der nächste Gegner für mich wird. Let's go. Ich bin gespannt. Ciao das geht cul short. Was ist ein wenig.